Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Deadpool. Wir, beziehungsweise eine neue Aufnahme nur. Ah! Das war laut! Alter! Aua! Ähm, ja, nur eine kurze Aufnahme, sag ich mal. Was heißt kurz? 20 Minuten will ich ja doch schon aufnehmen. Aber halt heute nicht länger. Denn ich hab nicht so viel Zeit. Deswegen, ja. Oh, hallo. Ihr Guys. Nein, gar nicht Guys. Nice. Wir haben neue Verbesserungen verfügbar. Äh, da oben. Ich nehm mal die Waffe dafür. Ja, 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 ja. Okay. Was auch immer du da mit dieser Pistole machen willst, Deadpool. Oh, hallo. Bam. Bam. Okay. Punkte, Punkte, Punkte. Da ist was. Und hier. Ich hoffe, ich kann mich da rüber TP'n. Hä? Oh, dear. Nicht diese Leute wieder. Hä? Oh, nee. Den krieg ich so tot. Und den so... Oh, lol. Ich hing grad in der Wand, ey. Okay. Wo kommt ihr denn her? Oh, lol. Geh weg. Ich muss den tüten tüten. Ja, nice. Okay. 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 Ketten war. Huh. Das sind Punkte. Okay. Komm, die machen wir so. Wenn wir gar nicht mehr so stark sind, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Wir sind gar nicht mal so stark. Oh, lol, ey. Ah. Mann, geh weg. Okay, komm. Ich muss den jetzt erstmal besiegen. Nice. Okay, hab ich's. Wie schnell können wir denn wieder heute schießen? Okay, das ist cool. Stimmt, wir hatten die Feuerrate. Hatten wir die Feuerrate erhöht von der Shotgun? Ich weiß es gar nicht mehr. Mann, geh weg. Okay, dann müssen wir jetzt hier lang. Okay. Ach, Mann. Wo ist denn noch einer? Da. Leute, wo kommst du denn her? So. Okay. Shotgun-Munni wär ganz gut. Würde ich jetzt mal behaupten. Äh, hier lang? Wollen wir mal upgraden? Ich glaub, wir wollen mal upgraden. Können wir hier eigentlich noch was upgraden? Ja, schaden, ne? Für 200.000. Und hier? Langsam wird's lächerlich. Okay. Ähm. Hier können wir auch mal schaden und so. Ne? Feuerrate. Schaden geht gar nicht mehr. Noch nicht, okay. Können wir die Feuerrate erhöhen? Dann machen wir hier jetzt den Schaden komplett hoch. und boosten hier nochmal neuen Momentumangriff, oder? Ja, komm. Momentumangriff. Och, nee. Okay. Ich muss das echt ganz aufladen am besten. Bam. Schade. Ach. Komm schon. Ach, ich durche. Momentumangriff. Oh. Das ist ein netter Angriff, aber er war fail. Oh, lol. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Wer versuchen wir zu heilen? Oh, lol. Ey. Okay, den hab ich. Woo. Ach, Gott, Jané. Das ist nicht dein Freund. Oh, Klo. Okay. Wer hat mich denn jetzt grad gesehen? Hab ich da unten wer gesehen? Oh, lol. Oh, lol. Das sind ein paar mehr. Hm, 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 hm. So. Versiegen. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, da war noch einer, oder? Einer hat da noch gerade gelebt, glaube ich. Da. Okay. Da ist noch einer. Ach komm. Mann. Blöde Kuh. Ich mache halt mittlerweile echt ziemlich wenig Schaden, ne? Hört mir immer wieder so auf. Bei den Gegnern. So, muss ich da hoch? Ne, da komme ich nicht hoch, dann muss ich wirklich da hinten rüber. Aber wir können uns ja... ...nicht mehr TP'n, okay? Oder halt nicht. Da ist... Ist da was? Nein. Okay. Okay. Da ist nichts. Hier sind Punkte, okay. Da ist Munition für irgendeine Waffe. Hier auch, okay. Nehme ich natürlich gerne mit, wenn ich nicht voll wäre mit der Munition. Okay. Mit der bin ich auch voll. Da können wir nicht hoch. Okay, ich dachte, wir können da hoch. Dann halt nicht. Oh, meine Stimme kackt ab. So ein bisschen. Erstmal den... Oh, leih! Wo haben die mich denn denn hingebeamt, ey? Alter! What ist das? What? Ei, 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 ei. Wir können unsere Gesundheit der Verteidigung noch nicht erhöhen, ne? Ja, Feuerrate nochmal erhöhen wäre ganz geil bei dem. Ach, du Kacke. Okay. Okay. Ach, komm! Das... Hä? Okay, wieso habe ich jetzt auf einmal mittlerweile so viele Probleme hier? Ist doch nicht mehr normal. Aber den fetten Boy habe ich schon zerstört jetzt, ne? Nein, habe ich natürlich nicht. Ach, Gottchen. Ich kann da... Was ist... Wie... Hä? Okay, wie soll ich das bitte machen? Jetzt bin ich gerade... Also... Hä? Ich komme da nicht gegen an. Ich komme da nicht gegen an. Das sind zu viele. Jetzt ehrlich. Lol. Okay, der ist weg. So kann ich's packen. Jetzt. So langsam mal. Okay. Wenn der sich super packt, dann kann ich's packen. Natürlich. Mann! Es waren halt einfach viel zu viele Gegner. Viel zu viele! Was ist denn mit euch los? Du brennst so ein bisschen. Bro. Geh weg! Okay! Das hätten wir! Heilige Kacke, ey! Ich hab wieder Shotgun-Munition. Sehr geil. Shotgun-Munition findest du so selten, ne? Irgendwie. Okay. 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 Okay, der lebt ja noch. Okay, passt das erstmal so. Okay, Shotgun-Munition, sehr geil. Finde ich nicht so. Ganz schön viele Gegner auf einmal. Da sind noch mehr. Okay. Wie habe ich das denn gerade gefailt? Einfach nur hinjumpen. Wow. Ich da gerade runterfallen konnte. Habe ich keine Ahnung. Meine Stimme ist gerade ein bisschen abgegangen, ey. So minimal. Ich glaube, ich muss hier runter. Ich würde jetzt mal sagen, ich muss hier runter, ja. Doch, doch. Klingt logisch. Ach, Mann. Oh, nein. Du siehst, als ob du ein Mann brauchst. Okay. Upsi. Wo kamen die denn her? So, wenn das nächste Mal unten ein Lade-Dings kam. Oder kommt. Dann wenden wir den Part. Okay. Da doch nicht lang. Also doch hier rüber. Hallo. Du wirst es. Mann, geh weg. Shotgun. Okay. Das war ein Fail. Ach, hier unten kam der letzte Lade-Dings. Jetzt aber. Komm. Okay. 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 Haben wir hier ein Ladezeichen? Shit. Also ein Speicherzeichen. Okay. Nein, ich will eigentlich... Das ist das Ding, killin' einem Mann. Take away all he's got and all he's ever gonna have. Wir sind total breachin' das DEU BUYTEN und killing' everybody in sight, nicht funny? Ja. Time für irgendwelche cross-promotion. Player, überrasch Terra. Slow motor. Da geht's... Das wir weg. Okay. Oh. Oh. You're a bad guy. Oh. 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 Oh Gott, ich wollte eigentlich den Part beenden, Mann. Ah, jetzt kann ich den aber beenden, oder? Ich beende jetzt hier einfach den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.